Was steht auf Ihrer Visitenkarte? Also mein Name ist Verena Kepplinger und ich arbeite im Bürgerservice im LRZ. Wann hat der Weg beim Land Oberösterreich begonnen? Mein Weg hat angefangen 2008 als Lehrling in der Abteilung Wirtschaft Bürokauffrau. Wie schaut Ihr Werdegang aus? Mein Werdegang war eben, ich habe 2008 angefangen als Lehrling in der Abteilung Wirtschaft, habe dann nachher in der Kanzlei gearbeitet, in der Abteilung Soziales und jetzt bin ich seit drei Jahren im Bürgerservice. Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß? Am meisten Spaß macht mir der Kundenkontakt, so wie telefonisch als auch gesündlich ist der Kundenkontakt das meiste, was mir an meinem Job taut.